Der Herbst ist die Jahreszeit nach dem Sommer und vor dem Winter. Im Herbst verlieren die Bäume ihre Blätter. Der Frühling ist die Jahreszeit nach dem Winter und vor dem Sommer. Es ist noch nicht zu warm. Im Frühling fangen die Blumen an zu blühen und die Blätter an den Bäumen beginnen wieder zu wachsen. Der Winter ist die kälteste Jahreszeit. Nach dem Herbst kommt der Winter. Es regnet häufig und manchmal schneit es sogar. Der Sommer ist die wärmste Jahreszeit. Im Sommer haben wir Sommerferien und gehen alle an den Strand, um der Hitze zu entkommen. Und dann ist der Sommerferien und die Blätter an den Strand. Vielen Dank.